natürlich nicht so du hast mir damals den pc sogar so ja stimmt stimmt ich bin schon wieder drauf fast ich finde dieses lieb gab es das bei infestation auch nein das war anders ja ich bin wieder genau in der selben hütte wo ich eben auch war also selbst ja ich gehe mal wieder aufs dach da war eben es gar clear wheel go kill me sagt er ach so stimmt da waren ja auf dem dach gegner aber die haben bestimmt auch wo sie jetzt doch einigen hatten es da läuft gerade ein zombie auf der brücke hier ist direkt neben mir einer hier läuft wer bist du unter mir bist du unter mir ich weiß auch nicht ich weiß noch nicht mal wo du bist der ist tot der war full equipped aber alles ist natürlich weg das ist ja voll scheiße noch nicht mal einen plus kill habe ich bekommen kill will er haben wir es ja naja so ist das schon bis genannt meine ich ja wenn das noch nicht mal so in der statistik drauf geht der war aber voll schnell tot ja der ist auch noch nicht gepript wahrscheinlich der war voll ist der jetzt sah so ach so stimmt das gab es ja auch noch ich weiß nicht ob wir hier durchkommen lass mal überhaupt erst mal so ein bisschen klar jungen klar hab ja ich bin klar die Ljudge die 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 money 680 dollar nein nur 68 so links lang auch noch ganz ganz verrückt ich kenne die map nicht mehr so ohne scheiße ich hab voll vergessen hier alles hier über uns ist dieses gebäude wo wir aufpassen müssen da steht auf jeden fall üblich viele zombies die hatten halt eben ja auf der brücke war eben auch ein bist du denn jetzt ist jetzt da hinten rumlaufen warum weil ich nicht vorne rumlaufen will wenn ihr überläuft doch im drücken ja wenn ihr einer auf dieser roten hütte wäre dann wären wir jetzt auch schon tot also ein bläppler wurde ein spring zombie hinter dir zack gehittet wurde gehittet auch schießt auf dich gerade geschossen hast du es nicht gehört ja aber das war so weit weg so lass den ersten raum links und dann eine flaregang standard mosin auf einem mosin hätte ich jetzt echt bock hatte ich jetzt letztens auch mit arcon boah voll geil wie sehr der mosin schockst du fertig hier boah noch eine mosin mech feinkiller irgendwer läuft noch mit uns hier ja hier ist noch irgendwer ich glaube auf dem dach sicher oder und bitte da haben wir pvp hier wieder ja 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 direkt bei mir im banan body da hinter rechts ja der war da kann man dich nicht mehr zurück in der zeit und das fenster springt ja ja ich hab mir jetzt gerade auch gedacht ja ja ich hab mir jetzt gerade auch gedacht ich muss unbedingt einen jetzt mal dahin kriegen irgendwie das nervt so ein bisschen diese fünf minuten ne ja ich fordere jetzt noch ein paar mehr als einen ach hier da 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 hier Unter mir ist der. Über mir wahrscheinlich auch. Ich folge chill. Hat der dich eben mit einem Mosberg geholt gehabt? Nee, ne? Nee. Oh, M4 noch. Gerade so auf dem Weg zum Tode. Ist das verreckt? Nee, das ist nicht. Boah, M4 hat 30 Schuss. Die benutze ich jetzt aber nicht. Komm an mir. Oh. Was ist ein Scheiß? Oh, eine Double Barrel habe ich jetzt gefunden. Und wo hat der eben auf mich geschossen? Ich mache den jetzt mal Angst. I am pro, dude. Soll ich vielleicht auf dich warten oder auch sterben? Am besten sterben, ne? Ich habe einen Plan. Ich bauche ihn auf. Noch einer tot. Noobs. Was sind das Noobs, ey? Ohne Scheiß. Boah, großer Rucksack. Ich bin immer noch Pro-Gamer wie früher, Marcel. Pro-Gamer, Junge. Ich habe schon, zack, zwei Leute geholt. Zack, den dritten geholt. Ja? Ja. Das ist die Bison aber leer. Eigentlich voll dumm von mir. Das ist hier rum, aber nein. Aber wir wollen ja ein bisschen Spielspaß haben, ne? Weh. Deshalb schießen wir hier rum. Oh, eine AK-74-N. Nice. Lol, hier ist einfach ein Gegner. Was? Ey, ich bin auf dem verkackt leeren Server. Lol. Und du hast Gegner vor dir. Ja. Wer wird denn? So, der will. In Superior Junction. Lol. Brand neu. Und habe ihn gekillt. Er hat mich einfach voll angeschossen, der Wichser. Ich hatte noch ein AK mit. Ich denke, er kann mich killen, ey. Dann gehe ich jetzt mal einfach Zombies killen ein paar. Und wenn wir Leute killen, dann geht das schon in die Kills-Statistik rein, ne? Ja, ja. Das ist gut. Nee, ist bei dir nicht. Reputation, oder was? Ja, genau. Ja, Reputation ist mir egal. Hauptsache diese Kills. Wo zum Beispiel steht, 100 Zombies getötet, 5 Gegner getötet. Ja, ja, das gibt eins. Ah, dann ist die Hund. Wie ist das? Oh, meine Gülle da. Oh, oh, oh. Okay, nicht so. Ich will doch nur ein Auto haben, ne? Da, 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 da. Wenn wir erstmal alle Charakter positioniert haben, ist es auch viel entspannter. Ja. Können wir mit zwei in Perfekt looten gehen, mit drei in Perfekt looten gehen. Ich schieße, zum Beispiel, wenn ich so gute Waffen habe, jetzt schieße ich damit gar nicht rum. Wenn die mich töten, töten die mich einfach. Ist mir egal. Ja, oder nicht? Ja, ich gehe dann mit guten Waffen rein und macht ihr dann leer oder so, wenn ich verbrauche. Aber sonst. Wenn ich jetzt sterbe muss, muss ich jetzt wieder fünf Minuten warten mit dem, ne? Ja. Ja, aber ich will jetzt sterben, weil mein Rucksack jetzt gleich voll ist. Oder soll ich Bandagen und einziehen nicht sterben? Ja, lass doch gleich mal ein bisschen Action machen, ist doch hier witziger. Boah, vor mir ist irgendwas weggegangen. Vielleicht finde ich ja jetzt ne Sniper, so ne SVD hinter dem Container. Boah, auf der Brücke ist echt Action gerade, ey. Ja? Mhm. Dann ziehe ich mir die Bandage rein, fuck off. Bei Aftermath kannst du da unendlich sprinten, ey. Bist du, du darfst nur nicht so zehnmal springen, wenn du springst, dann geht deinem Sprint leer. Ja, stimmt, da war ja was. Medik ist aber echt nicht mehr fehl an Medik, ey, da ne. Bei Aftermath gibt es auch kein Medik und so, voll scheiße, ey. Nicht? Nee. Ich bin sehr behindert. Du kannst so Antibiotika kaufen und so, aber ich hab noch nie Antibiotika irgendwo gefunden. Es gibt so keine Medikstationen oder so. Das ist total dumm. Ja, vielleicht gibt es die, aber ich hab den nicht gefunden. Vielleicht war ich zu doof dafür. Vielleicht die Dermalde, da bin ich mir nicht gefunden. Na, wo bist du denn jetzt? Vorne gerade. Oh, die Löhre, ich arbeite. Na, wo bist du denn? Okay. Töne, ja. 12 dach. Das Spiel bockt wieder, Marcel, ey. Ja, ne? Jetzt musst du nur noch Kenny da sein, ey. Hast du den nicht mehr Facebook oder so? Nee, ich hab keinen Facebook mehr. Hast du den nicht irgendwie? Keine Ahnung. Wie hieß der mit Nachnamen nochmal? Kenny Steinmeier oder irgendwie so, ne? Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ey. Das ist jetzt in-game, wieviel Uhr? 15 Uhr gleich. Wird wieder dunkel. Was ist das? Oh, ich will ein Nachtsichtgerät finden irgendwann. Ohne Nachtsichtgerät sieht man einfach nichts mehr. Boah, ich will gerade runtergefallen, ey. Von der Brücke. Hälfte Leben weg. Guck mal. Ich dachte, er ist der. Du keck. Das ist schon meine Antibiotika ist auch verbraucht und hab nur noch halb Leben. Dadurch war ich noch mal 14. Warte, ich hab gerade zu mir ein Problem. Ich schieß? Ja. Ist auf der Brücke geschlossen. Oben auf dem Dach sehe ich schon. Oh, zwei Leute. Oh fuck, alter VFS. Echt? Ja. Echt? Ja, direkt VFS-Hit. Jo, okay. Boah, die springen da ja rum. Lade mich ein. Ich bin tot. Was? Ich dachte, die Füße leben. Ja, die hat mich zweimal getroffen. Alter, ey. Das ist ja blöd. Ja, VFS ist natürlich jetzt heavy, ne? Ich bin tot. Was? Ich dachte, die Füße leben. Ja, die hat mich zweimal getroffen. Ich sterbe jetzt auch dann. Dann bringen wir irgendwie einen nach Polder und nach Airport und so. Ist gleich. Hahaha, die schießt auf mich. Ich verstecke mich hinter einem Zombie. Ist doch echt nicht. Häh, ha. Ich bin tot. Oh, das ist gut geworden. Wenn ich jetzt so sage, habe ich gedacht. die am besten diesen charakter so mit bart nehmen damit man so unauffälliger bis grüne poly braune hose gibt doch idioten die weiße polinien hauptsache das geht voll schnell mit dem xp aber am anfang ist das nur so das steht da mal schauen wo ich jetzt vorne mit dem brotten charakter wie schnell ist vorne man es geht übertrieben schnell wie soll ich so viel zu einem wir haben noch nicht mehr also nicht mehr aber diese super zombie ist sehr schön und ich LOL LOLL Kassel Pein was denn hier? oh man dann loki fortlohten dessen da kassel feine gibt beim zondag das so gut an der rocke fort hier mit abger Ich bin jetzt einfach mal auf der Karte. Ich bin jetzt ein bisschen auf der Karte. Ja da 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 sohbeten diem es diem rengelte silahlar çıkarmış millet Parayla silah sarkılıyor Evet şu sma bana fena değilmiş Ich bin der Boulder City, das ist. 8. 10. 9. 10. 10. 11. 15. 15. 16. 16. 17. 20. 20. 21. 20. Das war kein Wiener. Kürpü kırık demeyeyim bana boşuna mı köpüye çıktık Az kalsın düşürdük Bouldo'ya gelmeyi mi sondan zövü Bouldo'ya gelmeyi mi sondan zövü Oh, ben 10 minuten da Was? Ich bin vielleicht so lange nicht mehr da Bring mal irgendwie einen nach Airport Ich bin gerade in Bouldo Bouldo'ya gelmeyi mi sondan zövü Bouldo'ya gelmeyi mi sondan zövü Bouldo'ya gelmeyi mi sondan Então, sağ tarafta şeylerin ismine gıcık okunmuyor bunlar Bouldo'da Ich habe einen Weg in die Zeit gefunden. Ich habe einen Weg in die Zeit gefunden. Ich habe einen Weg in die Zeit gefunden. Flashlighten ist gut. Die Wurzeln der Kooperation ist sehr nefret. Ich weiß nicht mehr, die ich weiß. Nein, 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 nein. Ha ha! Ich habe einen Schwerpunkt. Ich habe einen Schwerpunkt. Zonneli nasıl yolleceğiz? Mal schon. Paratet. Eine Item. Und eine Musik. Und ein Einiter und ein wirst. Schmutz. 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 Ich bin ein. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich werde mich überrascht. Ich ... Ich werde mich überrascht. Da gibt es eine Karte? die ja 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 herifler de intelligence bak auto sessle own en bull und wie sehr ja 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 Ich bin auf die Zeichung. Ich bin auf die Zeichung. Ich bin auf die Zeichung. ein bisschen wir spielen wir können ein bisschen klingelt Bossen kann sehr schwer werden. Antibiotik ergänzungsmüller DMS. Evet arkadaşlar bu bölümlerinde bu kadar Kampos'ta 4. Bölüm mü? 4. Bölümde Kampos'ta devam ediyoruz. Görüşmek üzere.